Ja, herzlich willkommen zum täglichen Gedanken vom Dankfeld. Gesegnet sein mit Gottes Segen. Bilder für die Seele, ein Augenblick Besinnung für jeden Tag. Von Benno. Heute ist der 3. April. Freude. Das beste Mittel, den Tag zu beginnen, ist beim Erwachen daran denken, ob man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tag eine Freude machen könnte. Friedrich Nietzsche. Danke fürs Zuhören. Gesegnetes sein mit Gottes Segen. Ivata